Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Saints Row 2 Nein, das Schwarzbrett machen wir nicht Wo habe ich denn jetzt mein Zimmerchen mit dem... Da bin ich schon vorweigerannt Ein bisschen Geld abheben So Ja, hey Nein, Aufstand der Zombies Spiel ich auch nicht, nein Wir haben das jetzt immer noch runter Nein, nicht runter So heißt die Zeit nicht Ja, ich muss... Oh, in den Hospital haben wir auch in der Nähe Da ist die Straßenbahn Mann Was können wir denn machen? Zircon, Stiletto, Raycaster Ach, nehmen wir den hier Dann machen wir die nächste Mission Hier haben wir eine Festung Oder machen wir... Ach, ich mache jetzt mal eine Festung So 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 Machen wir mal Platz da Für die rasende Wildsau So Ja, war ich gut abgebogen, ey Ah Ich komme mal an den Rand dran Ah, okay Sieht noch gut aus So Hier lang Hey Hey Ich hasse euch Ihr seid immer an dem Weg Scheißverkehr, Jens Stillwater, ey Who the fuck is Alice? Neee Weg mit euch Hey Boah Ah Ey Das ist doch wohl ein Scherz, oder? Ups ja ich hab die bessere karre die sich schon aussehen ja sorry die fliege war vor mir ich glaube die karre kann ich bei dir in den schrott werfen ja hab ich schon mal zwei gestörende türen weniger wiii i kill you? willst du mich killen? ja immer drauf hast du bist tot so hey ich bin auf der straße mädel gewesen also schrei nicht so rum schrei nicht sonst müssen wir ey was habt ihr hier überhaupt am foodcarpen zu suchen ey so guuuu wuuu wuuu mhm oh oh du bist amens Ich schau mal nach was ich will. Drogen schmuggeln. Nein, die ... Wenn dann würde ich das aufscrehen. So! Nein! Dann wollen wir mal gucken. ... und sagen Sie, und so ein Bowl. Anyway, es ist herausgekommen, dass er, während er an Arbeit war, er hat einen Hanger gefeiert, um 4.20 Uhr, und überhört Mero zu sprechen mit ein paar Scary-Euro-Trash-Dudes. Whatever ist passiert ist, um ein sehr viel Geld zu machen, also wenn Sie die Hanger zu kommen, können Sie das Geld machen können. After das, wenn Sie sich noch nicht fühlen, Sie können die Brotherhood und jemanden sie sind. Okay, dann muss ich mal da ran. Haha, und ich hab's gleich. Was, du gehst mir auf den Weg? Das find ich aber nicht nett. Oh, ihr wollt mich alle töten, aber ihr habt keine Chance gegen mich? Oh, das tut mir aber gar nicht leid. Guckt mal, ich bin besser als ihr. Ah. Okay, beschütze diesen Raum. Hm. Einfach nur abwarten, das bringt doch nichts. Ah. Ah. Schweine! Na wartet, das werdet ihr gleich doppelt und dreifach zurückkriegen. Das werdet ihr gleich doppelt und dreifach zurückkriegen. Töt euch! Marihuanan! Boah, die Scheuerung! Nein, nein, nein! Geh auf, Mann! Don't worry, I'm not gonna kill ya! So! Eine gute Minute haben wir jetzt Zeit. Und ich werde statt den Controller jetzt mal die Maus benutzen. Ja, was hier, da hört jetzt die Controller. Ah! 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 Oh, jetzt darf ich mal was essen schnell. Ja, für die Mission war es besser. Die Maus statt den Controller zu benutzen. Ah! So, schnell runter. Von der Stelle, wo wir rausgekommen sind. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, es gibt einen Checkpoint. 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 Oh, da kommt noch einer. Ah! Oh! Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Schon wieder, ey. Also, das wird nur eine Folge hier mit der Fettungsklau-Mission. Das kann doch nicht wahr sein, ey, dass ich mehrmals hier scheitere, nur weil ich... Ja, ich mach die Flugzeuge am besten jetzt schon mal abklacken. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann doch nicht aussehen, ey. Und das kann doch nicht wahr sein. Das wird schnell sein. Ha! Endklick geschafft. Terror on Runways. 10.000 habe ich bekommen. Ja. 3445, also das heißt also 11 Nachbarschaften noch. Und dann habe ich das geschafft. So, weg. Her mit dem Wagen, das ist jetzt meiner. Irgendwie noch ein Auftrag? Außer Brüder von Samedi habe ich hier keine Aufträge mehr. Richtig. Hm. Machen wir noch eine Festungsklaumission. Aber vor der Dicke ist noch ein mit Waffen. Wir wissen was erstmal hier ist. So, auf jeden Fall brauche ich noch Waffen. Wieder mal. Ja, und danach mache ich die Festungsklaumission. Und dann war es das erstmal. Was? Ey. So. Hör mich einfach raus. Er wird erschossen, ey. Okay. How you been the wrong day to mess with me. Ahhhh. Okay. Was haben wir hier für ein Geschäft? Gut. Gut. Ich nehme die Karriac. Ich habe nichts dagegen. Ah, ich habe ein Schild im Kofferraum. Geil. Ja. Das ist immer schön. Ich habe keine Chance gegen mich. Ich bin schneller als hier. Hier müssen wir eine schnelle Karriac. Aber... Ich habe kein Bekleidungsgeschäft. Ich suche aber kein Bekleidungsgeschäft. Ich suche Waffen. Ah. Brass Knuckles. Brass Knuckles. Ah. Scheiß Baum, ey. Musste ich ausgerechnet vor meiner Nase stellen, ey. Ich glaube... ...nachdem ich die Waffen besorgt habe, werde ich die Aufnahme erwähnen. Ja. Ja. Das mache ich. Ich habe eine Zwunkung, eine Sache gemacht, der... Ich habe eben ein Geschäft gekauft. Ach, da ist die Kasse. Mhm. Nee. Das war nicht das, was ich gesucht habe am Waffen. Höh. Ja. Friendly Fire. Dein wollte ich. So. Jetzt geht es los. Und dann wird die Aufnahme erwähnen. Und dann macht er sich... Heute wieder. Heute wieder. Ja. Sorry. Ich bin kurz nachdem. Ja. Es war wieder eine kurze Frame-Empro. Stört manchmal. Aber... Der lässt sich leider nicht vermeiden. Der lässt sich leider nicht vermeiden. Hier park ich. Das ist mein Parkplatz. Verstanden? Ja. 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 So. Ich bin hier noch. Ich bin hier noch. Darf ich mich hier noch mehr holen. Da kommt auch Mutjon in your Nun rein. Da kommt auch wieder Mutjon rein... Das ist wunderbar. Dann kommt auch wieder Mutjon rein. Auch du Floax? hab ich schon zergewehre so das reicht und wie sie weitergeht bei Saints Row 2 erfahrt ihr in der nächsten Folge also bis zum nächsten Mal euer DJ Pautchen